Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Star Wars, Lego Star Wars, die Komplizara, so wollte ich sagen, mit mir im Percian LP. Hier sind wir mal gelandet. Leider kann ich das nicht überspringen, aber egal, schauen wir es uns noch mal an. Da müssen wir schnell abbiegen. Oh! Oh! Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Schön, dass das jetzt da oben hängen geblieben ist. Ah, okay. Da wo Anakin sein Lichtschwert verliert. W行er! Oh! J YEAH! Bist! Hab da sind was gebracht. Da kann ich noch was machen. So, sie ist mal da reingefallen. Vielleicht kann sie wohin. Nee. Mann. Mann. Okay. Ich hab keinen Plan, keinen Schimmer. Geh da rüber, soll ich ja auch nicht. Ach, ich kann da rein. Nein. Tja. Nein. Mann, ich darf das nicht berühren. Hey, R2-D2. Was stoppen wir hier? Einfach mal das Fleece-Band. Und das bauen wir natürlich auch noch zusammen. So, du kannst da rüber. Ja. 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 Ich werde das automatisch da rüber. sehr gut. Ja. Sehr gut. So, ich brauch mein Anakin. Ja. 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 Ich werde das automatisch wiederholen. Ich werde das automatisch wie gut. es ist er zu die zu klug genug dass er rüberkommt die Ja, hier soll ich rüberkommen. Nein. Schön viele Münzen. Dein Job. Mein Computer-Gehirn. Oh, drei CPO. Schön, dass wir dich hier auch treffen. Ah, wir müssen drei CPO da hinten rüberbringen. Reicht das aus? Ja. Ah, ich werde angerufen, muss kurz pausieren, bin gleich da. So, da sind wir wieder. Okay. Okay. Du wurdest mal schön geschmolzen. Weiß nicht ganz, was ich machen soll. Okay. 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 Yeah, da kommt nur raus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du kommst da rüber, R2-D2, oder? 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 So, dafür habe ich mich da wieder mal selber gekillt. Das sind einige Gegner. Ah, und da wird Obi-Wan festgehalten. Hallöchen, mein alter Meisterkollege. Weg mit dem verdammten Feigen Schild. Schild. So. Und wir sind ein wahrer Jedi. So, und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage immer Danke fürs Zusehen. Euer PatianLP. Tschü Leute.